Ja, das ist natürlich eine unglaublich spannende Arbeit, weil die Musiker kommen aus der ganzen Welt. Es ist ein sehr internationales, sehr diverses, wunderbar gemischtes Orchester. Und wir haben diese gemeinsame Arbeit, diese letzten Tage wirklich sehr genossen. Ja, der Komponist Alex Vaughn hat als Commission für die Rush Young Commissions dieses Stück Logos komponiert. Logos ist wirklich eine unglaublich spannende Reise von der Möglichkeit des Klanges, die sozusagen eine Art von weißem Rauschen in sich trägt. Und daraus heraus kristallisieren sich dann die ersten Rhythmen, Klänge und Akkorde. Ja, es ist wunderbar, mit diesem fantastischen Orchester zu arbeiten. Mit dem Luzern Festival Contemporary Orchestra. Und diese familiäre und intensive Zusammenarbeit ist einfach einmalig. Das Stück geht einfach um das Feuer und dieser Prozess, wie das Feuer entstanden ist. Und dann danach durch diese Zerstörung, was dann die Welt quasi noch von der Natur hat. Also es ist eine sehr organische Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020